Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Hof Bergmann So, wir tappen mal schnell hier hin. So, wir kommen das mal durch hier. Halt, ich will das mal was anderes machen, bevor wir hier irgendwas anderes machen. Der 80% vollen Kurntank ist mir schon klar. Vielleicht waren wir da richtig gerade. Ich stehe im Gemüsefest, Hilfe, das machen wir hier durch. Milch, dachte ich mir eben schon. Und dann, zack, machst du noch schnell gut her, zack und startet mit 3 Blöds, wenn du deinen Tasten fährst. Du noch nicht, du machst uns hier. Dann kam das so hoch. Du hast mich nicht mal drängend. Du hast, was du sagen? Du hast mich nicht mehr drängend. Du hast dich nicht mehr drängend. Agt ich, meinst du schiefst? Das war die nächste Frage. Das ist doch kein Wissenschein. 2 Prozent. Verdammt eng. So. Und das geht's. So. 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 So, recovery. Yes. Weekend Frage. Yeah. Shit. Man. 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 Ich denke, das ist schon voll. Jetzt sagt man das da eben. Auf zum Kompester. Ach, Katze. Du hast am besten. Ich schaue das aber nicht mehr. Zuuu. Kompost. Ich bin schon mal mit uns. 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 Einmal mit uns. Einmal mit uns. Wann ist das? Nein. Oh, mein. Oh, schade. Oh, die sind doch das. Oh, Mensch, ich sehe es los. So, ich sehe es. Schönen Wigel Schönen Wigel Schünen Wigel Schönen Wigel Schönen Wigel Schönen Wigel So, und los geht's. Ich habe so etwas gut gemacht, wenn wir machen. Ja, vorbei. Einmal nur so. So, und die. 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 Vielen Dank. Ich glaube, bei der Legner sollte ich nur meinen größeren Ladewagen organisieren. Nächstes Kurs an während der Marilende. 3,5 km und da haben wir jetzt nur wenig. Daher Vollgas. 1,5 km und da haben wir jetzt nicht mehr. 1,5 km und da haben wir jetzt nicht mehr. 1,5 km und da haben wir jetzt nicht mehr. Und abgehören. Ungekannten Funken? Oh, Moment. Komm einfach, wenn sie kompliziert geht. So, wir gucken, warum der beendet hat. So. Bist du noch gerade fertig, Kollege? Muss ich das mal üben, oder was? So. 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 Oh, da sind wir schon wieder sehr weit, voll, auch nicht jetzt sind, warum wir uns hier einschließen. Ah, in der Fäisch. In der Fäisch abgedrückt. 8 Minuten 1 Minuten Nuss 2 Minuten 1 Minuten für welche Spannung man nie hochkriege Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020